Es ist immer schön, sich einen Hübschschlag auf euer Lied zu entspannen. Hahahaha, so ein Räfunterkumpens hat und war gut durch die ganzen falschen Tünen, wird's doch viel authentischer. Also, wir können das hier auf die harte oder auf die weiche Tour durchziehen. Hahahaha, oder die mittel harte Tour. Oder die halbmittelschweire weiche Tour. Oder die etwas harte, ein Fünkchen vertragte, weiche, schwierige Tour. Ich bin bereit! Das hier heißt das Lagerfeuer-Lied. Selbst euch ganz Lagerfeuer sieht das Lagerfeuer-Lied. L-A-G-E-R-F-E-U-G-E-R-S-G-E-W-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller. Ich bin bereit! Ich bin bereit! die Joika da abon aja, Östada, boi 2 De la 9T nori, oi 3T mapinini Sov Joika da abon aja, Östada, boi 1 Und durch die ganzen falschen Töne wird noch viel Option zu scharfen. Ich hab keine falschen Töne gespielt. Ich hab keine falschen Töne gespielt. Ich hab keine falschen Töne gespielt. Und schon alte Freund, woher fattest du noch? Es geht los! Ich hab keine falschen Töne gespielt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.